Professionell, partnerschaftlich, weit über jeden Standard hinaus. Wir sind MH Engineering, ein Elektrokonstruktionsbüro für Steuerungstechnik und Automatisierung mit mehrjährigen Erfahrungen der Konstruktion und im Projektmanagement von Schaltanlagen und Automatisierungsanlagen im Sondermaschinenbau. Bla, bla, bla. Jetzt zeigen wir Ihnen, was wir wirklich können. Wenn Sie erstklassige Steuerungstechnik und Automatisierung benötigen, dann geht kein Weg an uns vorbei. Wir wissen, was ein Elektrokonstruktionsbüro wirklich ausmacht. Wir besitzen das passende Know-how, hören zu, lesen zwischen den Zeilen, unterstützen, wo wir können und bauen Brücken, wo keine sind. Wir geben Gas und sind immer einen Schritt voraus. Direkte Wege zwischen Ihnen und unseren Experten, denn Ihre Bedürfnisse sind unser Ansporn. Wir sind Profis in den Bereichen CAD-Konstruktion, Platinenentwicklung, Prototypenentwicklung und Sicherheitsbewertung, auch für den amerikanischen Standard. Sowie in Anlagen, Skriptprogrammierung, Retrofit-Projekte und Projektmanagement. Bei uns werden Standards gesetzt und Standards geschätzt mit einzigartigen Branchenlösungen. So läuft das bei uns. Professionell, zuverlässig, persönlich, flexibel, motiviert, partnerschaftlich, kundenorientiert und das weit über jeden Standard hinaus. Unser Können ist Ihr Gewinn.